Stimmt, das war sogar schon Versuch Nummer 2, Nevermind. Dann gehen wir wohl in Versuch Nummer 3 rein. Und schauen uns da um. Aber dieses Mal machen wir den Wondertrade am Anfang. Dann haben wir nämlich immer einen random Starter am Anfang. Nidoran, freaking männlich. Bayer, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Tschüsselü. Ich meine, wir können den mal mit dem Evoliten erstmal ausrüsten. Und dann gehen wir im besten Falle den Weg hier. Können wir nämlich... Oh, wir waren noch nie in diesem Eisbereich. Ein Dick da... Puh! Puh, sag ich da. Großes Puh an der Stelle. Ja, der wäre halt so viel besser gewesen. Also wäre auch schon wieder ein Boden-Pokémon gewesen. Was auch wieder so, naja, ist. Aber... Er wäre trotzdem besser. Er wäre trotzdem besser. Was steht denn... Oh, der wäre cool. Was steht denn bei euch ansonsten noch so an, Freunde? Was ist... Was ist noch, Edward? Was dir... Was wer ihr heute noch so treiben? Was treibt ihr die Woche allgemein noch so? Am Freitag geht's zu Freunden. Da grillen wir. Oh, ich hab voll Bock auf Grillen. Am Freitag soll ich's wenigstens auch noch schön werden, Gott sei Dank. Und dann bin ich auch sehr dankbar drum. Und hallo, Mimso. Ich hoffe, dir geht's gut. Es geht mir... Also, spieletechnisch scheiße. Weil das Spiel mich hopsinisiert. Aber prinzipiell geht's mir ansonsten sehr gut. Ich weiß nicht mal, was ich Diglett für ein Item geben soll. Ich weiß nicht mal, ob der... Ob der Evolid hier irgendwas rettet. Um ganz Ernte mit euch zu sein. Ich glaube, der rettet jetzt bei Diglett eher wenig. Ach, diese ganzen Items, ne? Quick, boys are nice. Und Arbeiten ist immer schwierig. Arbeiten geht bei mir auch, ja. Ich bin froh, dass bald Freitag ist. Die Woche zieht sich aber auch, ne? Ich bin nebenbei gerade den Lego Bowser zu bauen. Ja, aber mega cool, hä? Ich würde den auch gerne bauen. Evolid, um zwei Tackle zu überleben. Das traurige ist, maybe werden das wirklich wichtige Überlebensdinger sein. Die wir brauchen. Bauen, sweet. Also, ist jetzt auch nicht das Geilste. Aber ist schon mal ganz gut. Weil dann mit Humbine ein bisschen... Mondes vielleicht nicht... Ne, ich weiß gar nicht, wie ich es mir gerade schönreden soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie ich mir das gerade schönreden soll. Mann, da kann man mal in Razorleaf. Yay. Damit haben wir was, um Wasser-Pokémon anzugreifen. Banger. Alter. Frühschicht plus zu wenig Kollegen bei Urlaub und Krank ist schon anstrengend. Morgen schon viel zu Freitag. Ei, 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 ei. Ja, aber jetzt, glaube ich, beginnt wieder sehr viel... Die Krankheitsphasen beginnen ja jetzt wieder. Das ist halt auch das Ding, ne? Und ich habe mitbekommen, wie alle von der Gamescom Corona mitgetragen haben. Also zumindest kriegt man es überall mit. Gut, dass ich nicht auf der Gamescom war. Ich habe Corona immer noch. Ich klopfe hiermit offiziell auf Holz. Äh, gut gedodged. Und hatte es bisher noch nicht einmal. Das finde ich sehr gut. Was, Greggy wäre nice gewesen. Der wäre actually echt bulky auch. Ich muss morgen bei einer Jubiläumsfeier von einer Bank spielen. Was musst du da spielen? Was? I'm confused. Ähm, ich glaube, wir brauchen bessere Moves. Ansonsten weiß ich auch gerade nicht, was ich groß kaufen soll, was es besser macht. Ach du heilige Kacke, was gibt's denn hier? Ähm, Shell Bell, Black Sludge, Black Sludge. Oh, Ability Patch? Wir haben nicht genug Geld für den. Ich brauche den Ability Patch. Ich will den haben. Guck mal, hauen wir mal das weg. Das weg. Das weg. Ja, das würde mir alles nicht genug Geld geben, oder? Habe ich irgendeine TM gefunden? Nee, ne? Hm. Ich bin halt die Musik, ich spiele Saxophon. Ah, guck mal, das ist doch die Information, die mir gefehlt hat. Ja, ich brauche denen allen auch nichts beibringen. Ja, Freunde, ich habe das Gefühl, wir gehen hier einfach straight up drauf. Ich glaube, das wird nichts, habe ich das Gefühl. Und wir kämen auch noch gegen Top 4 als Arenaleiter auch stark. Ich glaube, wir brauchen besseres alles. Ja, ja, genau. Aber es ist sehr cool, dass du sagst... Ja, genau! Hey, will ihr mich verarschen? Ja, dann drücken wir wohl ein bisschen Estonisch. Ach so! Psychomega easy, Freunde, ja. Sigeliff. Guckt euch an, was ich habe. Das ist mein bester Move, was ich gegen den einsetzen kann. Ja, also ich bin ehrlich, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das rum ist. Also müssen wir, glaube ich, einfach nicht drüber reden. Weil das ist ja, also das ist ja gottlos. Also das war ja jetzt, also what the hell war das denn? Also so viel Scheiße in einem Versuch habe ich ja noch nie gesehen. War ja peinlich. So, ich hoffe, jetzt kriegen wir einfach mal einen gescheiten Starter getradet. Das wäre halt auch stark. Spiro, boah, ich habe das Gefühl, man kriegt hier nur Scheiße getradet, kann das sein? Ist das einfach so ein Ding, dass man... Oh. Platscher aus Strotz, nee, nicht ganz. Äh, wir wollen den mit mehr, wo es der Weg einfacher ist. Drei Ultra-Bälle am Anfang feiere ich schon mal. Schneckmark. Naja. Also auch da, ich meine, immerhin sind die Wesen dieses Mal ganz gut, aber auch da gibt's deutlich besseres. Deutlich besseres. Zum Beispiel Sizzlepeed. Der alleine wäre schon sehr viel geiler gewesen, muss ich sagen. Aber... Die heiße Schnecke, Stone Snake, ist am Start und supportet uns, Freunde. Wenigstens einen Supporter habe ich. Immerhin einen. Nicht mal das mächtige Bounce-Suite konnte den Runner hätten, ja. Bounce-Suite der Mächtige vor allem. Ach ja. Boah, das wäre ein starker Encounter für den Anfang gewesen. Oricorio mit dem Base-Stats wäre wild. Der wäre wild. Ich habe heute mir auch in der Arbeit so ein bisschen überlegt. Ich weiß jetzt, wie mein Squad aussehen wird für... Für die Gen-4-Remakes habe ich heute überlegt. Das kam mir irgendwann so... Einfach so in den Sinn und ich dachte mir, ich will mir das einmal überlegen. Und jetzt habe ich mein... Och, der wäre auch so gut. Jetzt habe ich meinen Squad zusammen, den ich nehmen will. Ich werde nämlich, glaube ich, zum ersten Mal auch ein Legi nehmen. Weil ich habe einen Megabock, Terrakium zu benutzen, weil ich feiere ja auch Terrakium. Okay, das ist prinzipiell ein gutes Mon, aber jetzt für den Anfang ein schwieriges Mon. Für die Gen... Habe ich Gen-4-Remakes gesagt? Ich meine natürlich die Gen-5-Remakes. I'm sorry. I'm sorry, Freunde. I'm so sorry. I have mich verplappert. Sie kennen mich. You know me. Soda Pops, Netball, nice. Auf jeden Fall da, da war ich... Och, der wäre auch... Boah, der mit Evolid wäre ja Baba gewesen, ey. Oh, Mann. Gen-4... Gen-5 größer, Gen-4, ja. Na klar, hä. Das steht ja gar nicht zur Debatte gerade. Wobei, beide schon sehr stark, muss ich sagen. Also beide Gems sind ja meine beiden Fav-Gems. Ich kann mich bei beiden nicht beklagen, muss ich gestehen. Also von dem her... Oh, wir könnten Wanda-Trade nochmal machen. Sollen wir nochmal wen traden? Na ja, ich glaub nicht. Ich glaube, das wird nur... Also bisher war der nicht so geil, dass ich sage, das will ich eigentlich eingehen. Wir haben auch so wenig Geld, dass ich eigentlich gar nichts kaufen brauche. Wenn wir ehrlich sind. Haben wir irgendwann, wo ich die Entwicklung wissen muss? Nö. Ne, da ist auch immer noch nichts dabei. Doch rein da. Aber wen sollen wir dann wegtraden? Was kostet so viel? Sagt ihr Slugma immer wegtraden? Ich trade mein Slugma weg. Schauen wir mal. Oh! Ediment Tepic! Okay, habt ihr gut entschieden, Freunde. Das ist ein Glow-Up, würde ich sagen. Das ist ein Glow-Up. Da gehe ich mit. Habt ihr gut gemacht. Bin stolz auf euch. Oh, und es kommt sogar wirklich Stahl als Erste. Tepic darf, glaube ich, gleich performen. Von Gen 5 früher immer eher schwach, hat sich aber mit der Zeit echt zu meiner Lieblings-Gens wickelt. Das haben viele. Also, ich war schon... I've always been a Gen 5 fan. Also, you know, it's like coming home for me. Aber er ist auf jeden Fall, ich freue mich. Der wird übrigens auch mein Starter sein. Den werde ich zwar nicht bis zum Schluss benutzen. Und ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ich werde... Also, wenn es wirklich einfach auf schwarz und weiß basiert, möchte ich den normalen, regulären Pokédex voll machen. Weil der müsste ja eigentlich in schwarz und weiß echt free sein. Weil du kriegst ja wirklich alle außerhalb vielleicht das andere Legi. Aber du kriegst ja eigentlich alle voll easy. Trüter, ich meine, du kriegst in schwarz und weiß eins scheinen Maxaxx, wenn der Pokédex voll ist. Ich glaube, es ist nicht im zweiten Teil. Es müsste im ersten sogar gewesen sein. Gen 5 ist für mich halt Nostalgie pur, weil es mein erstes Pokémon-Game war. Fühlt mal. Also, war jetzt nicht mein erstes. Das war bei mir Gen 4. Dass ich so richtig gespielt habe. Aber bei beiden ist der Nostalgie-Faktor sehr hoch. Wurde schon was angekündigt? Einfach mal so Team für Gen 5? Einfach so. Ich meine, es muss nicht wirklich was angekündigt werden. Ich meine, wir sehen überall Gen 5 Hins. Und es wird ja kommen. Also, es ist ja... Es ist ja nicht so, als wäre es jetzt irgend so eine Surprise-Info. Er ist ja zu 100% eigentlich sicher, dass es kommen wird. Ich meine, es kann doch sein, dass es in der Legends-Version kommt. Aber es wird mich wundern, wenn sie da kein Remake draus machen. Weil es ist ja einfach verdientes Geld im Endeffekt. Du musst dir nicht groß was überlegen. Du hast eine Engine im Endeffekt schon da. Also, ja. Ich habe damals mit Gen 1 angefangen, als Pokémon rauskam. Eieieieiei. Gerade im Pokédex ab mir das ja eben. Ich meine, wir müssten ja jetzt auch bald... Morgen gibt es Mario Bros. Wonder Direct. Also, für das neue Super Mario-Spiel. Ich glaube, da habe ich keine Zeit für... Oh, noch meine Pokémon-Sender-Dame. Jetzt wird aber gegönnt. Uiuiuiuiui. Schiedon. Ich meine, das hat ein Gewissen... Also, durch das Typing hat es einen gewissen defensiven Value. Aber wirklich gut ist er jetzt nicht. Shiny klingt, ich packe es nicht. Also, was wir auch an Shinies hier ziehen, Das ist schon ein bisschen krank. Wenn ihr mich fragt. Das ist ein bisschen crazy. Ah nein, wollte Schiedon gerade Takedown lernen? Das hätte ich ihm beibringen sollen, glaube ich. Aber Schiedon ist halt echt ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Das ist so das Problem. Ich feiere den vom Design her sehr. Nur leider ist der halt einfach kacke, ist das Problem. Und es ist schwierig, was gegen das Kacke-Sein zu tun. Das ist immer so ein bisschen... Das nicht zu sein, ist schwierig. Ist schwierig. Mario Wanda ist das erste Game von Nintendo, aus dem ich mal wieder gehypt bin. Nö, das... Also, das ist bei mir nicht so schlimm, muss ich gestehen. Also, da gibt es mehr Spiele. Zum Beispiel, ich habe jetzt Fire Emblem gespielt. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Was habe ich noch gespielt in letzter Zeit? Ja, ansonsten glaube ich nicht wirklich was. Aber es gibt schon einige Spiele, an denen ich in letzter Zeit immer Spaß hatte. Ich habe halt wieder sau viel angefangen und nicht durchgespielt. Aka, Tears of the Kingdom gammelt hier immer noch um. Habe ich gerade zweimal? Ne, ich habe Razor Claw und Razor Fang Wild. Ich habe Tears of the Kingdom angefangen und nicht durchgespielt. Und ich habe Ori and the Blind Forest sehr, sehr weit. Ich glaube, ich bin in diesem Magma-Bereich. Das ist so in den letzten 2-3 Stunden, nenne ich es mal, wäre ich. Zumindest Gameplay-technisch. Aber das kann ich halt jetzt auch nicht mehr wirklich weiterspielen. Aber ich glaube, da wieder reinzukommen, ist auch gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist auch ein gefühltes Ding der Unmöglichkeit. Einmal wieder in sowas reinzukommen. Boah, nee, Swagger ist es auch einfach nicht. Bin ich ehrlich. Das ist halt auch wieder die Problematik. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte bei dir mal kurz die Moves ein bisschen umstellen. Na, hallo Mr. Em, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir ist ein schönen Tag. Hello. Noch? Jetzt habe ich aber wirklich Razor Fang nochmal gefunden. Ich habe 9 Mal Razor Fang. Jetzt, what the hell? Na gut. Und, was zum Teufel? Und 6 Mal Razor Claw habe ich jetzt. Nochmal Razor Claw? Nee, okay. Aber anders wild. Money, wirklich viel Money wahrscheinlich. Jetzt ein Squargler wäre gar... Okay, was ist denn jetzt auf einmal los? Wie krank wird mir jetzt gegönnt? Weil der mit der Hidden Ability ist natürlich auch absolutes Bangermon. Und ich liebe ja Grookey eh schon. Der Süße, das sagt man. Das ist genau das, was man an der Stelle sagt. Screech nehmen wir natürlich auch gerne mit. Knock Off als Coverage ist auch sehr geil. Slam? Wollen wir, glaube ich, eher nicht, weil ich eh missen. Double Hit? Das ist okay. Aber... Ich glaube, ich las Screech sogar drauf und mache Taunt weg. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Wir werden es herausfinden. Besser Pflanzenstarter, würde ich nicht sagen. Ich finde Schillers besser. Aber ist der Zweitbeste. Also ich liebe Grookey auch abnormal. Den finde ich auch sehr süß. Aber ich finde ihn schon sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Bester Gen 8 Starter. Das unterschreibe ich zu 3 Millionen Prozent. Ist bei der Konkurrenz auch nicht so schwer. Ich weiß noch, anfangs war ich von den Gen 8 Startern mega überzeugt. Aber inzwischen bin ich es nicht mehr. Inzwischen finde ich nur noch Grookey wirklich geil. Also von den Erststufen. Da dachte ich mir noch, boah, die sind sehr stark. Und bei den Gen 9 Startern habe ich das auch gesagt. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Also ich finde immer noch, dass das Gen 4 Quartett... Äh, Quartett. Das Gen 4 Triple... Also auch was Erststufe angeht, für mich immer noch das Beste ist. Ähm... Aber ich glaube, danach könnte wirklich sogar Gen 9 kommen. Weil ich mag... Quark heißt der, glaube ich? Oder Quark? Ich weiß nicht, wie er heißt. Eventuell weiß ich nicht, wie er heißt. Den mag ich sehr gerne. Poisinium 7... Ähm... Nee. Was könnten wir denn Nützliches brauchen? Eigentlich nicht wirklich krass, was. Quarks, genau. Und... Ich finde auch... Ich finde... Wie heißt er? Und ich finde Filori noch in Ordnung. Ich bin halt nicht so der Katzen-Fan. Das ist halt das Ding. Ich überlege, ob ich dem Drillrun sogar beibringe. Ich glaube, die 1000 sind es mir wert. Weil ich glaube, Firo könnte am Anfang echt sehr gut sein. Gerade, weil wir jetzt noch nicht so viele so starke Mons haben. Wir haben sehr viel mehr Geld, haben wir halt auch schon wieder nicht, ne? Wobei, wir können ja sauviel verkaufen, ich Vollidiot. Ich dummer Dödel. Guck mal, davon können wir ja locker... Ich sag mal 7 verkaufen. Und davon... Nee, stopp. Und davon können wir auch 4 verkaufen. Dann sind wir ja geldtechnisch schon wieder ganz anders dabei. Gym 2-Stahl mag ich am meisten, weil keine meinen Feueregel. Da gehe ich... Also die finde ich auch beide stark. Ich muss auch sagen, inzwischen mag ich Endivier sehr viel lieber. Aber ich bin immer noch kein Fan von Loreblood und Meganie. Weil ich finde die irgendwie so langweilig und so nackig. Und bei Endivier finde ich es noch okay. Endivier finde ich inzwischen sogar recht süß, muss ich sagen. Es ist auch faszinierend, wie meine Meinung sich... Von Jahr zu Jahr teilweise auch echt drastisch abändert. Verdammt, wir hätten einfach mit Pignite vorne bleiben sollen. Das wäre es einfach gewesen. Aber das ändert sich... Inzwischen bin ich auch echt... So viele Pokémon, wo ich mir früher dachte, was will ich mit denen. So vor Staker. Dachte ich mir auch letztens... Ist auch irgendwie cool. Der hat auch irgendwie was. So irgendwie kann ich super viele Pokémon inzwischen auch was abgewinnen. Das konnte ich früher halt gar nicht. Und hallo Mike, ich hoffe dir geht's gut. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber inzwischen kann ich so... Ich sag nicht jedem, aber sehr vielen Pokémon was abgewinnen. Bei denen ich auch früher gesagt hätte, in denen kann ich kein nichts abgewinnen. Plokkis Onkel. Zum Beispiel. Ich meine, es gibt immer noch so Pokémon wie Eneko, Enekoru. Den ich halt gar nichts abgewinnen kann. Wo ich mir halt auch denke, was ist deine Existenzberechtigung? Und die Antwort ist gar nichts. Aber ansonsten kann ich super viele Monster inzwischen was abgewinnen. Einfach ist krass. Ja, dass du Eisstrahl hast, ist auch ein bisschen krass. Wenn du... Tausend Poké-Dollar in den Wind geschossen. Danke dir, du blöde Stück Scheiße. Ach man. Ich dachte... Vor allem hätte er das als erstes auch nicht eingesetzt. Was sagst du zur Igamaru-Reihe? Ich mag Igamaru sehr gerne. Das ist mein Lieblingssta... Also allgemein ist die Reihe meine Lieblingsreihe aus Gen 6. Ich mag Igamaru sehr gerne. Ich finde... Dingsbums, Iga-Stanisch absolut hässlich. Also wer den verteidigt, weiß ich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich finde auch alle Mitstufen von Gen 6 wirklich katastrophal. Aber Mitstufen von Startern, das ist einfach ein festgeschriebenes Gesetz, dass die in 90% der Fällen scheiße sind, habe ich das Gefühl. Also wirklich, es gibt wenige Ausnahmen. Ich feiere ja zum Beispiel Galera sehr. So meistens gibt es immer einen in der Reihe, der noch geil ist. Alter, es sieht schon wieder so kacke aus. Bitte... Oh nein, bitte boxe ich nicht selber. Okay, Gott sei Dank. Ne, Ruthena mag ich auch nicht. Aber ich mag auch die ganze Reihe nicht wirklich. Ne, bei Gen 4 muss ich sagen, ich mag Shakeray nicht. Also Shakeray mag ich noch am liebsten. Aber Plipprin und Pampyro mag ich nicht wirklich. Boah, komm, wir gehen es jetzt einmal einmal durch. Gen 1 gibt es nicht wirklich wen, den ich in der Mitte wirklich nice finde. In Gen 2 mag ich Ilgilava und Tyrakrok eigentlich ganz gerne. In Gen 3 finde ich Reptale okay. Der ist ein bisschen overhyped für mich. In Gen 4 mag ich niemanden. In Gen 5 finde ich Zutronin sehr, sehr geil. Weil ich bin großer Zutronin enjoyer. Gen 6 gibt es wieder nichts. In Gen 7 ich mag Toracad sehr gerne. Da wäre es der. In Gen 8 mag ich Twacky sehr, sehr gerne. Und in Gen 9 mag ich... Wobei doch, ich mag Filiospa. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil heißt. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung von Filori heißt. Auf jeden Fall, das Ding finde ich eigentlich sogar actually ganz cool. Auch wenn es auf zwei Beinen steht und wir alle wissen, dass es nervig ist. Bitte, Hitte. Das wäre jetzt wichtig. Na, hallo, loila. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Ich glaube, bei den Mitschufen gibt es hier auch keine große Mühe, weil die eher irrelevant sind. Ja, das will ich jetzt so pauschal nicht sagen. Aber ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ne, so schlimm finde ich Tyrakrok gar nicht, muss ich sagen. Also, so schlimm finde ich den nicht. Ja, auf jeden Fall. Und Brigeron finde ich eigentlich wieder ganz cool, muss ich sagen. Es ist halt so schade, dass Brigeron so scheiße ist. Wenn der halt besser wäre, das wäre halt strong, muss ich sagen. Das wäre schon nice. Oh, da ist ein Legi. Ich glaube, wir brauchen auch ein Legi. So früh schon ein Legi ist aber auch krass. Ach du Scheiße. Das ist doch auch schon wieder nichts Gescheites. I guess der kann, glaube ich, von selbst Recover lernen. Aber geil ist das jetzt nicht. Mittelstufen. Ja, da gehe ich auch absolut mit. Ich glaube, das ist so im Designing Process sehr schwierig gut umzusetzen. Also, dass man da was Gescheites bei rumkriegt. Ja, Shieldon, du... Bisschen überzeugen sie mich noch nicht so. Eiszahn ist schon mal ganz gut, dass du das schon mal kannst. Boah, Mimikma wäre strong gewesen. Das wäre ein geiler Encounter gewesen. Crash nimmt gerne mit. Homeclaw darfst du auch gerne lernen. Oh, ja. Oh, ich höre den Banger schon. Es geht gleich groß, Freunde. Oh, stimmt. Die entwickeln sich ja Level 30. Ich vergesse immer, dass das nicht in Hex so ist. Also, dass es auch von Haus aus so ist. Oh, ja. Hm, das fühlen wir. Das spüren wir. Wobei, nee, warte mal. Damit Bestiodon sogar was machen kann, kriegt er einen Rocky-Helmet. Ich bin dumm. Und willst du wirklich irgendeine TM, die sinnvoll für den ist? Er kriegt Stärke. Dann macht er ein klein wenig mehr Damage. Kann man sonst aber nicht wirklich eine TM gerade, die ein Usable ist. Mit den Mittelstufen läuft man am längsten rum. Nee, das würde ich nicht sagen. Ich sag, du läufst mit den Endstufen immer am längsten rum. Also, ich sag, Mittelstufenende ist ja so circa bei Orden 4 bis 5. Da hast du meistens dann dein vollentwickeltes Mon. Also, das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn ich mal wieder im Pargator-Spiel war. Ja, jetzt kommen ja auch die ganzen Starter wieder zurück, ne? They are all coming back. Back to us, Freunde. Das passt mir eigentlich mit dem vorne. Ich merke, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind noch gar nicht komplett hochgelevelt. Das ist eigentlich auch nicht so schlau. Oh ja, Weak Armer fühle ich gerade. Also, ein bisschen lucky sind wir gerade schon unterwegs, was unsere Ärmchen angeht. Hallo da. Huuu! Quick Ball, bitte gönn. Komm schon. Komm schon, Baby, gönn. Bitte? Ja? 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 Einfach freaking ne Cross-My-Dust-Mein. What the actual hell? Ach du heilige Scheiße! Das ist ja... Also, das ist... Wow! Haben wir zufällig schon ne gute Minze für den? Ne. Dann können wir dem zu nur noch ne geile Minze kaufen. Er ist ja... Ach du heilige Scheiße! Äh, die wurde schon ordentlich, glaube ich, runtergestellt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel, um ehrlich zu sein. Da bin ich leider überfragt. Aber... Die wurde auf jeden Fall gut runtergedreht. Wir können ihm leider noch keine neuen Moves groß beibringen. Also, ich denke mal, das verkraften wir gerade noch so. Gravity? Nee. Vielleicht nochmal irgendwas Gescheites, Neues. Schade. Gravity Spin kann nützlich sein. Oh, Leute. Der entwickelt sich... Ja, vor Level 36. Daran habe ich gar nicht gedacht. Entwickelt der sich genau auf diesem Level? Kann das... Ist das... Ist das potentially möglich? Ich glaube, dann riskiere ich meine Cross-My erstmal nicht und liege mal mit meinem Rillaboom. Also, eine Cross-My hat, glaube ich, von Haus aus... Oh, mein Gott. Und natürlich kommt dann... Alter, also mit den Arena-Leitern habe ich es auch. Auch gerade nicht, ne? Mit den Arena-Leitern habe ich es auch gerade einfach nicht. Ich kriege auch immer die Scheiße entgegengeworfen. Wisst du was? Wir benutzen jetzt einmal mal Bestiodan, weil ich es kann. Einmal, um Bestiodan mal zu benutzen. Wechsel sogar einfach raus. Cramorant. Ah, das halt. Triss meine mächtige Stärke. Oh, das hat so wenig abgezogen. Ich glaube, dass wir eigentlich schon entwickeltes Mon ist. Ist von momentan ein gutes Mon. Das kann man so behaupten. Ja, ist von momentan ein gutes Mon. Was macht denn so der Surfer? Ich glaube, das wird gar nicht mal so wenig machen. Ist doch 35. Oh, jetzt frisst er seinen scheiß Fisch. Saft. Sack. Aber zweimal Rockblast sollte den, denke ich, rausnehmen. Okay, ich war gerade verwirrt, warum der sehr effektiv Sound kommt. Oh, das senkt die Death? Das habe ich gar nicht mehr... Senkt das immer die Death? Ist das ein... Ist das schon immer so gewesen bei Urge? Dass das die Death senkt? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Das Problem ist, wir sind halt echt unironisch gut angeditscht. Und das gefällt mir so gar nicht, muss ich gestehen. Bei der dicken Elektromause ist es die Para. Okay. Ja, das wusste ich, dass Pikachu Parat hat. Das hatte ich sogar auf dem Schirm. Okay, das killt auch, weil wir ein freaking Necrozma sind. Gligar. Da habe ich halt jetzt keinen direkten, effektiven Move. Aber da würde ich jetzt einmal mal Rillaboom probieren. Ich denke, der kriegt das hin. Ich glaube an... Der kann hier ein bisschen Drum bieten. Mit den Drums. Hat der einen Evoliten? Ich glaube nicht. Gluten sollte jetzt nicht so viel machen. Ja, der Rillaboom defensiver Oshie ist. Gegen Anfazen gehen wir wieder in Bastiodon. So, jetzt kann der uns wieder gar nichts. Und der wechselt wieder raus. Ja, okay, dann können wir ja eigentlich easy drumherum spielen, glaube ich. Aber das klingt mir gut hin. Aber ja, ich habe mich mit Urgel, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, relativ wenig in meinem Leben auseinandergesetzt. Weil ich auch nicht wirklich das Interesse hatte, mich groß in meinem Leben mit Urgel auseinanderzusetzen. Weil ich auch kein großer Urgel-Fan bin. Gen 8 hat teils auch echt komische Monster hervorgebracht, muss ich sagen. Bei denen so viele Leute sagen, Ey, Urgel, so geil! Was war noch dabei? Snom, mega geil und so Zeug, wo ich mir denke, Nee, das sind ein zum Beispiel-Mons, wo ich sage, Nee, da, nee, nee. Birkmite zu Risky? Ich glaube, Birkmite können wir jetzt als nächstes gegen Liger reinschicken. Das mag Snom nicht nicht, ich mag Snom überhaupt nicht. Ich finde Snom mega hässlich. Kann Snom gar nichts abgewinnen. Auge auf die Fossilien oder was? Nee, die Fossilien, die würde ich jetzt nicht mal unbedingt schon mit reinnehmen. Wobei, da gehe ich auch mit. Kannst du das mit Krosma jetzt zum... Stimmt, wenn wir den Simuf haben, dann könnten wir den zum Ultra-Nikrosma ja machen, ne? Oder wie hat das nochmal funktioniert? War das nur, wie er Simuf? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, der hat Roost. Ja gut, jetzt haben wir eh einen Eis-Pokémon drin. Snom, nom, nom. Ich mag den Namen. Okay. Ich bin kein Fan. Ja, wenn wir den Simuf finden, dann könnten wir das machen. Ja, das stimmt. Da haben sie absolut recht. Oh Gott, Roostet der jetzt einfach immer gegen? Aber warte mal, dann drücke ich halt Icy Wind, bis ich schneller bin. Und zwar jetzt vermutlich. Ich bin immer noch nicht schneller. Oh Gott, bist du langsam. Dann drücke ich einfach weiter Icy Wind. Okay. Ja, cool. Ich sag, ohne Verluste geschafft. Dafür, dass ich ein bisschen Schiss in der Buchse hatte. Wobei wir haben eigentlich... Im Endeffekt hatten wir echt viel gegen den... Ne Pokémon-Center-Dame? Ich glaube, dafür skippe ich sogar viele... Einige von den Encountern. Ich glaube, das ist es mir actually wert. Arctip hat doch so einen Init. Ja, aber ich dachte, vielleicht wäre es wenigstens so zwei Init. Und nicht nur wirklich eins. Aber dann hat sich herausgestellt, es ist leider wirklich eins. PsychoCut, mega geil. Uproar. Ne, lass mal. Ender. Ne, lass mal. Nightslash. Das nimmt gerne mit. Weil wir haben halt jetzt auch gleich... Ähm... Einige Entwicklungen, die mit dabei sind. Und Arctip hat minus eins. Trauriger... Traurigerweise kann ich mir das echt vorstellen. Warum? Irgendwas ist hier anders. Weil... Ich glaube, man muss hier... Mehrere Kämpfe machen, dass sich die Monst... Also, dass die Monst Erfahrungspunkte kriegen. Das ist teilweise irgendwie sehr weird hier. So, M-Bomb jetzt auch. Geil. Ich merke gerade... Ich hab noch einen Defense Curl drauf. Den könne man vielleicht mal ersetzen. Wait, das ist unser Encounter, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob ich den gerade unbedingt brauche. Ja, weil sind wir realistisch. Sind wir realistisch. Alles ist besser als dieses Bestiodons. Flambirex, echt ein geiler. Ja, geh ich absolut mit. Finde ich auch sehr ein cooler Ball. Allemands Level gleichzeitig. War erst irritiert. Ja, es ist quasi... Es ist einfach wie der EP-Teiler jetzt halt ist. Nur in den neuen Spielen einfach. Also, einfach durchgehend für alle Monsters-DEP-Teiler an. So kannst du es dir vorstellen. Mach mal Slash weg. Ich glaub, Slash brauche ich nicht. Uh. Ich wusste gar nicht, dass wir vom selber Seed Bomb lernen können. Das ist ganz cool. Avalanche ist auch sehr nice. Flamethrower. Ja, scheiß mal auf Defense Curl. Ich glaube, das werden wir nicht drücken. Aber ja. Hallo im Übrigen an Jerry. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Wir haben immer noch das eine Free... Die eine Free Healing. Das muss ich mir auch merken. Gerade wegen so AP-technischen Sachen. Und warum benutze ich dann nicht auch mal ein paar Sachen, weil ich weiß, dass ich die E mit der Gesteinsattacke kille. Das ist auch sehr schlau. Doppel-Team. Die gute TM. Die äußerst mächtige TM. Bevor jetzt hier irgendeine Kacke passiert, wechseln wir mal lieber. Und ich glaube, ich muss noch mal meine Items angucken. Ich glaube, die sind nicht mehr so ganz sinnvoll verteilt. Oh mein Gott, der hat Scorching-Sense drauf. Ich habe keinen Switch in den. Ich hoffe, dass er es jetzt nicht nochmal drückt. Oh mein Gott, zieht das viel ab. Mama? Mach mal irgendwas Dummes. Ja, ich... Also, ich bin ehrlich. Ich weiß jetzt gerade nicht so wirklich, wie ich das hätte anders machen sollen. Hä? Hä? Was war denn mit dem Blaziken auf einmal los? Der ist einfach... Der dachte sich... Ich habe jetzt Bock zu eskalieren. Fokus-Punch. Na gut. Arctilas hat es definitiv versucht. Er war stets bemüht. Er war wirklich stets bemüht. So. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr wirklich irgendwelche sinnvollen Items für irgendeinen Mon. Da ist leider nicht das Item für unseren Necrozma dabei. Bevor was Dummes passiert, ja. Ja, und dann ist auch was Dummes passiert. Leftovers wären natürlich knackig. Da haben wir auch nicht wirklich was. Dann gucken wir mal, was für Moves wir noch unseren Mons beibringen können. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Moonlight oder Morning Sun. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Oh, wir können uns mit dem heilen! Heilen, Freunde! Heilen! Das ist schon... Das ist schon sehr geil. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Ich überlege gerade, ob ich dem noch Tempo-Heap beibringe. Wir haben halt auch gerade keinerlei Prio so wirklich dabei. Ja, Morning Sun und Moonlight sind doch im Endeffekt dieselbe Attacke. Weil ich glaube sogar, dass die beide in der Sonne heilen die, glaube ich, irgendwie mehr. Und im Regen weniger, meine ich. War da nicht was? Superpower hat mir noch... Oh, hier wäre natürlich ein Sucker Punch nicht schlecht. Fake Out Leech... Oh, Leech sieht auch nicht verkehrt. Da ist nicht wirklich was noch dabei. Was habe ich gerade auf Drapion für Moves? Actually, sind die erst mal okay. Was können wir denn hier für Special Moves... Boah, eine U-Turn auf Rillaboom ist natürlich mächtig. Aber Rillaboom lohnt sich eigentlich erst... Oh mein Gott! Ich hoffe echt, wir könnten... Boah, wir müssen Rillaboom hier durchtragen. Imaginiere Grazi Terrain Necrozma. Das ist ja auch absolut geil und krank. Warte, wie viel Geld habe ich noch? Ich will noch mal kurz meinen Geldstand wissen. Das ist korrekt. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht dumm bin. Dann würde ich sagen, wir warten mal noch. Und heben uns noch ein bisschen Geld auf. Außer es gibt noch eine wilde TM, wo ich sage, die braucht... Oh, Korn meint, ne? Komm, meine Necrozma ist auch ein wilder. Ja, aber dann würde ich sagen, düsen wir weiter. Können wir jetzt nicht wirklich Items noch. Wir haben noch Rocky Helmets. Die können wir auf jeden Fall ausrüsten. Und wenn wir schon noch gerade Berry Juice haben, vielleicht bringen wir ja was. Ja, ansonsten rein in den nächsten Kampf. Elektro. Okay. Schauen wir mal, wie das wird. Schauen wir mal, wie das so wird. Ich bin froh, dass heute Abend einmal mal... Also, ich war jetzt die letzten zwei Abende immer unterwegs. Ich bin froh, dass heute Abend mal nix ist. Ich habe sogar am Sonntagabend... Habe ich den ersten Crash Bandicoot-Teil angefangen. Ich weiß noch nicht, inwieweit ich den durchziehen werde. Weil das ja sehr schwierig ist. Aber momentan macht es noch sehr viel Spaß. Ich weiß gerade gar nicht, wo genau ich bin. Ich glaube, ich habe gerade diesen springenden Hund da besiegt. Da bin ich gerade. In dem Level danach müsste ich sein. Ich weiß nicht, wie weit das im Spiel ist. Ich weiß nur, dass das Spiel gar nicht so lange ist, wie ich immer denke. Ich glaube, wenn man solide bis gut ist, braucht man ca. 3 Stunden. Du wirst das Spiel nicht durchspielen. Wer weiß. Vielleicht kommt auf einmal der geduldige Downstar. Es wäre cool, wenn es eine Attacke geben würde. Die Konträr zu Gleißen und Sonnen nicht funktionieren. Könnte praktisch, dass es Nacht ist. Zum Beispiel Geistattacken stärken würde. Schau dir mal den Heck-Pokémon-Insurgents an. Da gibt es genau das. Genau eins zu eins das, was du gerade beschrieben hast, gibt es da. Das heißt dann, glaube ich, Nocturnal oder so. Noctus oder so. Und da ist es. Ich habe Ori angefangen und bin absolut verliebt. Hatte ich auch. Da bin ich absolut bei dir. Das hatte ich auch. Und dann war das Problem, dass ich aufgehört habe. Und jetzt traue ich mich nicht weiterzumachen, weil ich die Steuerung nicht mehr intus habe. Dass es nicht mehr mein Gamer ging. Weil ich glaube, Ori habe ich damals, bin drei Tagen oder so richtig krank gesuchtet. Und dann schwierig. Wenn du eine Level findest mit einer Brücke, denk an mich. Nutzt die Seile, okay. So, den Tempo hieben wir, bevor eine Kacke passiert. Er muss weitermachen. Eigentlich schon, ne. Spiele durchspielen ist immer wieder so eine Herausforderung. Oh, warum der Kühlschrank? War da gest... Ich meine, jetzt sollte ja eigentlich erst mal eine Eishatage kommen. Ich habe letzte Woche Celeste durchgespielt. Das ist aber, glaube ich, auch ein sehr schwieriges Spiel. Guter Switchout für mich. An der Stelle. Das gibt ein... Ich bin schneller als der. Okay, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich mache eine Nasenluft raus. Aus was, Ori? Oder was? Hä? Ori streamen. Ne, Freunde. Es wird kein... Kein... Dort ein Pokémon... Also, momentan bin ich nicht in... In... In irgendeinem Mut, dass ich sage, ich möchte was anderes als Pokémon streamen, weil... Also, ich weiß nicht. Das wird halt nicht so geguckt und irgendwo will man ja auch wachsen, ne? Und ich will ja noch ein bisschen versuchen zu wachsen in irgendeiner Form. Auch auf Twitch. Und auf YouTube auch. Noch habe ich nicht aufgegeben. Wenn irgendwann der Punkt kommt, dann ne ich sage... Und das kann gut sein, dass wenn ich festangestellt bin, dass dann der Punkt kommt, an dem ich sage, ne... Das wird eh nix. Dass ich dann sage, okay, Freunde, jetzt können wir im Stream machen, was wir wollen. Oh nein. Als ob der den jetzt schon hat. Oh Gott. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr... Das ist gar nicht so witzig, muss ich gestehen. Wachsen Blick Richtung BGC. Ne, also BGC, da sehe ich mich gar nicht. Weil dafür habe ich die Community überhaupt nicht, dass ich mit... Mit sowas groß... Ach du Scheiße. Wachsen kann. Äh... Ja, der zerscheppert mich jetzt, glaube ich. Kann... Kann es sein, dass der mich jetzt einmal zerscheppert? Oh nein. Warum connectest du das auch noch? Okay, wir leben noch. Das ist wichtig. Zum Glück wollen wir Willabum durchbekommen. Ja, deshalb habe ich ja gerade noch wenigstens gewechselt. Okay, Sky Uppercut. Wir brauchen jetzt den Chip. Und dann muss irgendwie Necrozma das Ding hier retten. Oh, das war richtig guter Ding. Oh, hätte der den gemisst, hätten wir den einfach besiegt. Du Stück Scheiße, Amparus. Was triffst du auf zweimal Fokusschluss hintereinander? Das ist illegal. Das macht man hier in Deutschland nicht. Aber ja, andererseits, natürlich könnte man auch mit BGC wachsen. Aber ich weiß nicht, ob ich... Ob ich so competitive wachsen will. Ich will ja eigentlich mit solchen Hacks und sowas so ein bisschen in Richtung Pokémon Challenges mäßig wachsen. Aber das ist halt sehr schwierig. Weil ich habe das Gefühl, dass es im deutschen Bereich echt kaum Leute gibt, die sich so krass... Also zumindest nicht so breit natürlich wie der englischsprachige Raum ist, sowieso unmöglich. Oh, noch eine Pokémon Center Dame. Geil. Ist sowieso unmöglich, aber... Bro, was ist denn in diesem Run mit den Startern los? Warum ziehe ich denn jetzt nur noch Starter? Also den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe relativ viele Quick Boys, deshalb werfe ich noch einen. Fun Videos auf Englisch. Ich sage, also Pokémon Challenges, ne? Das ist auch ein Deutscher, der auf Englisch redet. So ist nicht. Also es ist... Ich wollte gerade sagen, es ist eine Wing Con. Es ist auf jeden Fall etwas, was man machen kann. Lass mal Autonomize weg. Woodhammer. Jetzt geben wir den Boys aber richtig. Kreuzschere lernt er, okay. War ein Collab mit Pokémon Challenges. Ne, das wäre ja viel zu cringe und unangenehm. Das wird nicht so schnell passieren. Downy, der deutsche Chaotic Meatball. Ich habe leider keine Ahnung, wer Chaotic Meatball ist. Gerade weil du Hex spielst, schaue ich dich. Ja, eben deshalb... Also ich will ja mit Hex und Nuzlocke eigentlich groß werden. Deshalb... Ich überlege ja gefühlt jede Woche auch immer wieder, ob ich nicht wieder so diese Dann Kämpfen wir Videos und so machen will. Weil ich halt auch sehe... Also ich sehe ja, wie das bei den anderen läuft. Das heißt, ich weiß grob, wie es bei mir laufen würde. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich habe da auch einfach keine Lust drauf. Also ich habe so... So vielleicht mal auf einen... Ich glaube, ich werde sogar Photon Geisir wegen den AP... Wobei, wir können Rockblast wegmachen. Ich habe da halt einmal auch keine Lust drauf. Und an Nasox habe ich halt einfach Spaß. Die machen Bock. Und da habe ich auch einfach Lust, besser zu werden. Also das halt auch ohne... Ich meine, im Endeffekt wirst du in Nasox besser, indem du eigentlich den Damage Kalk auch benutzt. Die ist das, ne? Aber so einfach... Einmal auch so besser werde. Was ist das für eine Musikwarte? Das ist Orient the Blind Forest. Ne, Orient the Will of the Wisps, oder? Ne, Orient the Blind Forest. Ha, Alola Sandern ist es jetzt auch nicht unbedingt das Mon, was ich gerade brauche. Von mir entwickelt der sich wieder nur mit einem Stein. Oh mein Gott. Das will aber auch gerade einfach alles irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Das will auch gerade irgendwie alles nicht so richtig. Dann kämpfen wir... Der Land Rock ist von selber wild. Fellstinger. Ja, kann man statt Home Clause machen, I guess. Blizzard. Ne, brauchst du halt auch nicht. Auf jeden Fall, das ist halt so das Problem. Ich weiß momentan nicht, also... Ich überlege halt, aber ich werde, denke ich, nicht diese dann kämpfen wir Sachen machen. Und für Beat the Champion warte ich halt momentan, bis Flobets Internet funktioniert und dann... Oh, das ist ein katastrophaler Gegner. Und ein sehr nerviger zumindest. Ja, eigentlich ist es okay. Jetzt, wo ich gerade meinen M-Ball gesehen habe, dachte ich mir, na, actually ist es okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, ich habe nichts gegen den, aber doch habe ich. Doch, haben wir ja Gott sei Dank. Oh mein Gott, was war das für Damage? Ist das Specs? Das war ja gerade... Ach, du heilige Kacke. Hast du jetzt zwei Personen gefunden für Beat the Champion? Wie, zwei Personen gefunden? Hä, ich habe ja mehr als genug Leute, die ich anfragen kann. Das ist doch nie das Problem. Aber ich will ja erstmal alle so, in Anführungsstrichen, beisammen haben. Und dann, dann frage ich in die Runde rein. Ja, und ich habe es ein bisschen vor mich her geschoben, weil ich keine Lust hatte. Eventuell auch das. Eventuell auch das. Das ist so das Problem. Für dich ist alles cringe und unangenehm. Das ist tatsächlich aber auch sehr richtig. Bist du man in den Hacks oder auch Lust auf schwere Changes? In normalen Games? Monologues, Redlogues? Beides. Also, also, auf YouTube mache ich beides. Dich mit Flobert sehe ich. Hä? Flobert hatte auch schon mal... Äh, Flobert war auch bei der letzten Beat the Champion Staffel, also bei der regulären dabei. Also, ich meine, ich frage halt die Leute wieder, mit denen ich halt einfach mehr zu tun habe auch, ne? So ist es jetzt nicht. Flobertus Longus ist dabei. Ne, ob er dabei ist, das steht noch nicht. Oh, ich merke gerade... Wie ich sterbe am Hagel. Oh mein Gott. Aber ich muss halt fragen, ne? Die Nasogs haben halt den Nachteil, dass man gleich eine ganze Reihe von Videos gucken muss. Mal so spontan ein. Es geht eher weniger. Ich glaube, mit solchen Sachen, die man einfach so gucken kann, bekommen man neue Zuschauer, die hoffentlich für größere Projekte bleiben. Ja, und genau das ist das Problem. Sie haben Ability-Kapsel. Oh, ist das... Ist das... Warte mal, ist das nicht genau das... Ne, oder? Ah, verdammt. Oh, das können wir aber zu Battle Armor wechseln. Sehr gerne. Ach, ich hatte nur eine. Oh. Ja, ist aber auch okay. Oh mein Gott, ich muss den heilen. Mama, ich muss meinen scheiß Necroz mal heilen, sonst stirbt es mir weg. Das wäre gar nicht so witzig. Durch Flow-Web bin ich erst hergekommen, da siehst du. Ja, ich... Also... Ich sage euch, wie es ist. Ihr werdet euch denken können, wer halt bei Beat the Champion angefragt wird. Also, da braucht ihr... Also, dafür muss man jetzt kein Magier sein. Oder... Oder weiß ich nicht. Studiert haben. Das ist tatsächlich sehr einfach. Ja, das Ding ist... Also, was ich eher machen werde, kanaltechnisch, ist ein Kanal halt eben aufmachen. Das haben wir ja schon mal... Oder habe ich schon mal angesprochen. Ähm... Bei dem im Endeffekt ein Video kommt und man nur... Okay, wild. Man nur ein Video dann gucken muss. Die üblichen Verdächtigen halt eben. Auf jeden Fall, wo man nur ein Video gucken muss. Also, quasi so Vintage White als Supercut zum Beispiel. Sowas überlege ich halt. Also, wirklich... Entschuldigung. Sogar so YouTube-Projekte und so zu nehmen. Als auch Streaming-Projekte. Sag ich ehrlich. Ich trade jetzt dieses Alola-Sandern weg. Gucken wir mal. Das ist ja noch schlimmer. Du Scheiß. Das ist ja noch schlimmer. Ach, du Kacke. Ja, das war kein guter Trade, Freunde. Der war es jetzt nicht. Boah, ich... Aber hier sind auch nirgends gescheite Items, die ich haben will, muss ich gerade sagen, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Gibt's n Jolly- oder n Adamant-Mint hier wenigstens? Sonst kaufe ich mir jetzt n Careful-Mint gleich. Einfach nur damit, äh, mein... äh, meine Crossman ein besseres Wesen hat. Ja. Ich glaube... Und ich werde jetzt, glaube ich, sogar... U-Turn auf Villaboom packen. Einfach damit wir gleich noch ne gute Coverage haben. Kannst du mal Fly Energy oder... Ja, ja, genau so wie die. Ich guck... Ich guck ja genau dieselben Leute wie ihr wahrscheinlich am Ende des Tages. Oh, Grazy Glide wäre da auch schon... Ne, eigentlich brauche ich das noch nicht beibringen, weil ich muss eh dann gucken. Wobei, ich werde wahrscheinlich U-Turn... Woodhammer Grazy Glide spielen, wenn wir an dem Punkt sind. Ne, dann kann ich ihm eigentlich schon U-Turn beibringen. Aber wo war jetzt U-Turn? Hä? Ist U-Turn jetzt irgendwie weg? Kann ich denen immer nur bestimmte Moves beibringen? Okay, das wusste ich auch nicht. Das ist ja kacke. Ich dachte, ich kann denen durchgehend einfach alles immer beibringen. Ich meine, wieder was gelernt, aber finde ich gut. Finde ich ganz und gar nicht gut. Auf jeden Fall, das ist es, was ich machen will, aber... Ja, da muss ich halt, ne? Dafür muss man halt leider auch zweite Problematik hinsetzen und schneiden. Und da bin ich halt auch so faul dafür. Ich bin so schneidefaul, das ist das Problem. So wie fair bist du der Einzige mit dem Pokémon-Con in meinem Feed? Das ist sehr nett, Daniel. Knofenza sweept jetzt. Ich lehme mich so weit aus dem Fenster und sage nein. Ach du Scheiße! Ich weiß auch nicht, warum ich mich nicht vor Tone geysiert rück. Ich bin aber auch... Ich opfer direkt dieses Baseball. Weg damit. Weg damit. Tschüss. Und rein in... Rein in die... Actually bin ich gerade... Oh, der hat Zwift Swim. Ich wollte gerade Gewaldroh loben, dass... Oh, der lebt das. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber Gewaldroh könnte sogar jetzt echt nützlich sein, dass wir den noch haben. Ah ja. Diesen gewissen Downy Downs kann ich auch empfinden. Aber ja, wie gesagt, das ist halt... Oh mein Gott. Ich glaube, ich verliere einfach gegen Mantax. Kann das sein? Ich glaube, ich werde einfach gegen Mantax verlieren. Wenn der Orkan jetzt kann? Ja, ich verliere gegen Mantax. Der wird mich zerreißen. Also ich kann hoffen, dass Drapion irgendwie was lebt und ich mit Crunch-Kritte oder so. Oder er irgendwas anderes Dummes wie das da macht. Und sich nochmal extra anschippt. Er chippt sich wirklich extra an. Und der roostet jetzt. Aber damit gewinnt er nicht auf Dauer. Death Drop. Oh mein Gott, das Mantax ist ja gigaloss. Komm, Rooster, nochmal. Ich liebe dumme KIs! Das ist es, was ich sehen will! Also doch, wir hätten... Hätte er jetzt einfach weiter Orkan oder Hydro-Pumpe gespammt... Hätte er halt wahrscheinlich einfach... Also Hydro-Pumpe kann halt missen. Aber wenn der Surfer einen Orkan hat, das zerreißt man kaum wieder das Team. Ach, du heilige Kacke. Ja, dann Poison fangen wir den mal. Okay, du kannst gerne Protect nicht. Ich weiß nicht, was dir das bringt. Nein, lass das doch! Ja, wir sind tot. Wir sind aber, ich glaube, zehnmal gerade tot. Weil es regnet. Der wird wahrscheinlich auch noch ein Leben-Hop oder so eine Kacke tragen. Gott, ich liebe die Siebenhof-Animationen in dem Spiel. Die sind wirklich gut. Schade, Drapion. Lass es auf jeden Fall versucht. Ja, dann muss jetzt Willa-Boom rein, ne? Und ich glaube, ich wurde Hammer einfach. Ich weiß nicht, ob das dumm ist oder nicht. Aber ich will, glaube ich, eher durchkommen. Und dafür brauchen wir fetten Damage. Sehr schön. Hast du ihr Gegner eigentlich auf schwer oder normal gestellt? Also ich bin in dieses Rainbow-Ding reingegangen. Ich wusste nicht, dass man nochmal... ...schwer und so einstellen kann. Denn jetzt versuche ich, glaube ich, Willa-Boom irgendwie durchzukriegen. Okay, er ist schon mal dumm. Baskillen ist schon mal dumm und drückt aus irgendwelchen Gründen Superpower. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Wir Hammer-Armen. Schade, er wechselt auf Liquidation. Aber ey, damit kann Necrozma schon mal leben. Ich versuche jetzt gegenzuhallen. Wir sind schon mal schneller. Okay, es lohnt sich leider nicht. Dann greifen wir an. Gab doch dieses Haus... Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass es da einen Schwierigkeitsgrad gab. Habe ich da einen Schwierigkeitsgrad eingestellt? Weil das wäre mir jetzt neu. Aber kann auch sein. Kritt? Bitte? Also ich verliere halt nicht, weil ich mit Willa-Boom jetzt am Ende gewinne. Aber dann ist meine Necrozma halt weg. Ja, das leben wir, glaube ich, nicht, oder? Und im Regen kann ich halt auch nicht wechseln. Und jetzt sind wir sogar in Overgrow. Das heißt, das wird auf jeden Fall killen. Wie weit ist eigentlich der Run hier gerade? Das ist Orden 5. Schade Marmelade. Ja, das ist genau die Beleidigung und traurigen Worte, die ich gerade hören musste. Schade Marmelade. Ach du Scheiße. Okay, es ist schon wieder eine Pokémon-Center-Dame hier. Und wir kriegen zwei Encounter. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich freue mich schon, dass es auf das Necrozma im Grazi-Terrania... Oh, Rotom-Freeze ist geil. Ich glaube aber, er hat noch in dem Run noch keinen Rotom. Warum steht das dann so weird da? Einfach nur, weil ich den schon mal gefangen habe? Weird. Okay, das ist schon mal... Das ist immerhin ein gutes Pokémon. Quiet Nature. Können wir sowieso ändern, glaube ich. Ich glaube, wir haben ein Timid Mint. Ja. Dann packen wir das mal drauf. Jolly Mint haben wir, glaube ich, nicht. Ne. Aber ansonsten... Ich weiß gar nicht... Ich glaube, ich muss sogar die Trainer dodgen. Nach Möglichkeit. Weil gegen die verliere ich halt einfach. Wenn er noch ein Careful Mint... Wir tossen mal das hier. Wobei eigentlich Plus-Attack auf Rillaboom auch geil ist, muss ich sagen. Oh, ne. Auf die Items muss ich halt scheißen. Kann ich... Kann ich mir jetzt leider nicht erlauben. Kann ich mir leider alles nicht erlauben. Alter, ich kriege so viele Drachenschuppen, ne. Skuntank... Oh. Typing-technisch natürlich nett, weil wir das nicht haben. Und wir haben gute Switchins im Endeffekt für den. Also... Quasi seine Schwäche decken wir gut ab. Darum ging es mir gerade. Ah, ne mal Hex mit. Charge Brosnahan. Ansonsten... Was geht bei euch heute noch so, Freunde? Was steht bei euch noch auf dem Plan? Macht ihr heute noch irgendwas Spannendes, Interessantes? Geht noch... Oh mein Gott. Ich bin nicht geheilt. Boom Burst, ne. Discharge sehr gerne. Okay, Gott sei Dank sind das Wasser Fuzzis. Ich glaube sogar, ich... Ne, ne, bekämpft den doch nicht. Ne, ist... Ist glaube ich auch einfach besser, dass ich den hier nicht bekämpfe. Spi-Ups. Boah, die würde ich schon mitnehmen. Ich muss unbedingt wieder verkaufen. Ja, ein Trash-TV-Abend mit Freunden werden aus Exxonet Beach ein Trinkspiel machen. Oh, Exxonet Beach habe ich schon... Habe ich schon die neueste Staffel komplett fertig gesehen, natürlich. Bewerbungen schreiben. Oh, das klingt so anstrengend. Und so langweilig auch. Erkältungsbad gönnen. Oh je, gute Besserung. Boah, aber baden bei dem Wetter... Muss ich auch sagen. Das ist aber auch mega geil. Also da muss ich sagen, das wäre jetzt auch saugeil. Hier ist keine Themen, die ich geil finde. Wobei ich glaube, ich muss Gunthang Flammenwurf kaufen. Weil sonst habe ich so gar keine Coverage gefühlt gegen Steel-Types, wenn jetzt Steel kommt als Gegner. Das wäre glaube ich auch nicht so gut. Gab es irgendwie Sludge-Bomb noch? Oh ja, gab es wirklich geil. Dann mache ich ein spezielles Gunthang draus. Das ist ja auch möglich. Das ist ja kein Problem erstmal. Ich habe mir gerade Planet Zoo für 5 Euro gekauft, um für mich das zu spielen. Und freue mich, das zu spielen, um für mich das zu spielen. Downy Downstar Goethe. Ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich hoffe es... Macht Ihnen auch dementsprechend Spaß. Weil wäre ja... Wäre ja schlecht, wenn ich... Alter, ihm wurde Blizzard verlernt. Stimmt, das habe ich gar nicht so direkt wahrgenommen. Ach du Scheiße, ey. Ich glaube, hier war immer noch nichts, was ich will. Hier ist kein Dark Pulse dabei. Schade. Badewannenwetter beginnt, das sagt man. Ich würde auch gerne baden. Das wäre schon nice. Ich würde auch gerne mal wieder Rillaboom spielen mit Grazy Terrain. Das auch nice. Nasty Plot lernt er von selber. Aber kein Dark Pulse. Ah, Mann. Aber ansonsten brauche ich hier erstmal nichts. Oder? Will ich auf Rotom noch was packen? Ich wollte gerade sagen, müsste er ja nicht Willowisp können. Packe ich das statt Subman noch drauf. Die Eis-Arena war überraschend, ja. Die Eis-Arena vor allem. Also ich weiß, wie ihr es meint, ne? Klar. Ach ja, die gute alte Eis-Arena, Freunde. Wer kennt sie nicht? Ey, Vintage White macht aber so viel Spaß. Das ist der Wahnsinn. Alles so ein spaßiges Projekt. Das habe ich nicht erwartet. Ne, wie würde ich sogar mitnehmen? Die ist sogar ein echt gutes Item für dich hier. Und Rocky Hammett kriegst mal du noch. Und Icicle Plate für dich. Guck mal, da haben wir sogar Items ganz gut verteilt. Aber hier finden wir mal wieder Gornix. Dann muss ich noch ein bisschen verkaufen. Das werden wir ganz bestimmt nicht brauchen. Rash, ja zumindest nicht so viel. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld auch. Die Pell brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also zumindest nicht so viel. Gems will ich nicht benutzen. Ah, vielleicht. Okay. Aber ja, es freut mich auch, dass es so gut ankommt. Also Kommentare, muss ich sagen, sind drastisch zurückgegangen. Aber ich kann es auch verstehen. Deshalb mache ich kein Auge. Weil was, also, man kann da auch schwierig so viel kommentieren. Das sehe ich ja auch. Aber die Views sind krank. Also ich glaube, wir sind jetzt so nach einem Tag. Oh, Gestein ist aber sehr gut. Willa Boom kann performen. Die Views sind da, glaube ich, bei circa 2K. Wie lang ist eigentlich so das Rohmaterial bei einem 30 Minuten? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt darauf an, was ich alles mache. Also bei einem. Also wenn so mehrere Special Battles dabei sind, dann meistens circa eine Stunde. Die ist schneller als ich. Oh mein Gott, das war so viel Damage. Das ist schon richtig kacke. Und wenn nichts dabei ist, dann so Stunde 15 nochmal eher. Also ich sage mal, der Durchschnitt ist eine gute Stunde bis Stunde 10. Gibt aber auch Parts, die brauchen anderthalb Stunden zum Aufnehmen. Gibt aber auch Parts, die brauchen dann wieder nur so 15. 50 Minuten. Aber 50 Minuten ist auf jeden Fall Minimum. Ich weiß gerade nicht mal, wen ich am besten reinschicke. Das Problem ist, der gewinnt halt auch mit dem erste Plot nicht wirklich gegen irgendwas hier groß, außer gegen Schmielier jetzt hier in dem Fall. Aber das sollte jetzt wenigstens gut zwiebeln. Ach stimmt, die haben ja auch noch einen Spidev-Boost. Oh mein Gott. Okay, ich dachte irgendwie, ich muss noch mehr Muffs. Mann, jetzt bin ich ungeduldig, weil ich das Gefühl habe, ich verliere eh. Weil wenn da was Schnelles kommt, bin ich halt einfach weg. Ja, ich weiß nicht mal, wen ich opfern soll, da Proton Freeze besser ist. Ja, ich hoffe einfach auf den Flammenwurf-Burn, glaube ich. Freue mich auf jeden Teil, aber kommentiere nur selten. Ja, ist auch okay. Ich muss sagen, also bei dem Projekt denke ich mir auch... Ich habe ihn gecallt. Es ist kein Hex, ich habe es gecallt. Denke ich mir halt auch... Ja, ich verstehe, dass man nicht so viel kommentieren kann, außer krank. Wir müssten halt, glaube ich, was ich, glaube ich, mal ansprechen müsste in einem Part vielleicht irgendwann, dass wir so ein... Also ich kenne so bei Swimern, die haben so ein stabiles Video oder sowas in den Kommentaren. Sowas bräuchte ich auch. Dass man sowas in die Kommentare schreibt. So ein pauschales Ding, wie weiß ich nicht. Crazy oder krank. Irgendwie sowas. Dass, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, einmal... Einmal für den Algorithmus. Dass man sowas dann reinhaut. Ja, ich glaube, ich muss drauf bauen, dass Rillaboom das einmal macht. Weil das ist natürlich auch immer von Vorteil. Weil dadurch werden Suche auch ein bisschen... Hashtag Downetainment oder sowas. Einmal, um irgendwas zu schreiben. Ich sage euch, wie es ist. Und wenn ihr nur einen Punkt in die Kommentare schreibt, dann auch in Ordnung. Oh mein Gott, der hat noch so viele Poké. Ich muss halt hoffen, dass ich alles outspeede und mit Overgrow kill. Overgrow drumbeating muss jetzt regeln. Was anderes ist hier nicht mehr möglich. Aber das schaut auch schon wieder nach einem... Also er hat wahrscheinlich... Oh, der... Jetzt kommt noch ein Mega Aerodactyl. Oder ein Mega Tyranitar kann auch kommen. Ja, oder es kommt ein Corazon. Okay, wir sind immer noch im Rennen. Alles für den Algorithmus. So sieht's aus. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das gerade überlebt hab. Aber wir sind noch im Game. Und wir müssen das Legi da, glaube ich, mitnehmen. Boah, wir gehen ganz bestimmt nicht in den Curse. Rogue bedeutet im Endeffekt einfach nur, du siehst diese Oberfläche hier. Und du gehst jedes Mal in ein Element, nenn ich's mal rein. Da passieren verschiedene Dinge. Du spielst einfach so lange, bis du beim Ende des Spiels bist. Und das ist das ganze Spiel. Das machst du einfach... Das machst du einfach immer und immer wieder. Also ich liebe ja Milkery. Ich finde das... Ich finde das voll knurrig, das Ding. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Mon ist, was es retten wird. Habe ich jetzt kein Sashay gefunden? Nee, warte, wie? Was ist denn das Item für Milkery? Oh mein Gott, wie entwickelt man Milkery in einem Spiel? Oh. Ach du Scheiße. Ja, das wird spaßig. Und dann hast du so hier zum Beispiel kannst du Pokémon fangen. Hier sind auch Träger, damit kriegst du Geld. Dann gibt's die Schwester Joy. Da kannst du so gefühlt alles machen. Es gibt auch nur die Pokémon Center-Dame. Da kannst du dir dann Items holen. Und am Ende musst du dann immer einen Arena-Kampf oder gegen... Beziehungsweise, was heißt Arena-Kampf? Aber musst du gegen einen Special Trainer antreten. Und von dem kriegst du halt den Orden und du spielst so lange, bis du halt acht Orden hast. Dann geht's quasi direkt ab in die Liga. Und schon wieder den Venusaurniten, ne? Und wenn du das dann geschafft hast, ja, dann hast du einen Run beendet. Und es gibt verschiedene Challenges, die du schaffen kannst in dem Spiel. Und so geht's immer wieder weiter. Also ich weiß nicht, ob du schon bei The Binding of Isaac zum Beispiel gespielt hast. Das ist im Endeffekt das Spielkonzept. Hier war ja... War hier überhaupt ein Trainer? Galeric Cuffs. Was ist das für ein Item? Ich werde mal kurz wissen, was das Item ist. Ich werfe jetzt einfach diese Scheiß... den dummen Pot weg. Ne, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, es ist aber nichts, was ich groß benutzen kann. Habe ich zufällig noch einen Evoliten da? Dann können wir ja mit dem mächtigen Evoliten-Milkery spielen. Sind die Arenaleiter gerandomized? Wenn ja, weißt du, wie groß der Pool ist aus... Also die Arenaleiter... Welche Arenaleiter kommen? Das ist komplett gerandomized. Und der Pool ist halt eins bis drei. Also was Arenaleiter angeht. Oh mein Gott, ich habe nichts gegen Feuer. Ich glaube, ich verliere jetzt einfach gegen das Teil. Ach nee. Okay, irgendwie leben wir noch... Oh nee, der hat noch einen... Ach Gott. Okay, das killt. Okay, Rotom am Performen. Mein Mann der Stunde. Aber... Also wenn da jetzt nicht das große Baba Bubumon drin ist, dann weiß ich auch nicht, wie wir das schaffen sollen. Das ist für Galar Fleckmann, ja leider. Leon, vielen Dank für den neusten Raid. Ich küsse dein Herz. Oh, Nihilego. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es der ist. Oh Gott. Oh Gott. Der besiegt halt vor allem einfach mein Squad, ist das Problem. Ich glaube, ich habe auch keine gescheiten Bälle für den. Ich werfe mal einen Ultra Ball. Okay, der kann aber bis jetzt... Wobei, ich glaube, am nächsten Asset Spray sterbe ich halt einfach. Und jetzt hat er auch... Ich kann nicht mal viel wechseln. Wait, konnte man die nicht nur gescheit mit Ultra... Bällen fangen? Äh, mit Ultra Bestien Bällen? Und ansonsten ist die Catrate mega kacke. Ich glaube, ich muss... Ich muss auf eine Paar raufen. Ne, ich muss fliehen. Ich kann... Ich kann den nicht fangen. Das geht nicht. Ich kann jetzt noch hoffen, dass ich hier irgendwie was reißen kann. Indem ich jetzt noch Grazy Glide bekomme. Und damit haben wir jetzt offiziell unsere Wing Con. Und ich glaube eigentlich... Ah, ich glaube aber, die kann ich ihm jetzt nicht mehr geben, ne? Ansonsten wäre das jetzt die Möglichkeit, die ich momentan sehen würde. Wir brauchen High Horse Power, aber auf dem... Statt Knock-Off. Ja, und ansonsten... Also... Ich weiß nicht, wie wir jetzt... Wenn jetzt gleich ein Arena-Leiter kommen, wie wir den schaffen sollen. Du hast eine leise Vorahnung, dass das schief gehen wird. Ich auch. Irgend gescheiden... Wir haben auch keinen gescheiden Sieben... Icy und Sie wäre halt jetzt für Rotom Freeze actually mega geil gewesen noch. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich jetzt hier kaufen kann. Ein Adamant-Mint oder ein Jolly-Mint wäre sogar fast besser, glaube ich. Ja, wobei... Grazy Glide... Ne, ich nehme lieber Jolly-Mint noch mit. Ice-Gem-Notfalls. Wir haben eh Icicle-Plate auf dem gerade. Hier haben wir, glaube ich, eh Tim mit. Ja, also wenn halt jetzt eine Feuer-Arena kommt, dann... Oh, Gift ist auch mega scheiße. Ja, den kann ich mit Willow-Boom nicht touchen, cool. Ja, das wird nix, Freunde. Freunde, ich bin da jetzt auch mal realistisch zu euch. Das wird nix. Der kann mich gerne Willow-Den. Der hat auch noch Black-Sudge. Ach, du heilige Kacke. Ich hätte jetzt... Also so ein Schmack-Fatz-Para wäre geil. Boah, das war viel Damage. Strange Steam. Das kann Special-Attack, glaube ich. Nee, es war Genauigkeit, die das droppen kann. Nee, was hat Strange Steam? Kann verwirren, ich Idiot. Manchmal schon ein bisschen unangenehm. Wie wenig Ahnung. Ich habe... An manchen Stellen... Laber ich auch eine Scheiße, der Wahnsinn. Ich muss ja noch fünf Pokémon besiegen, ne? Und ich bin halt quasi tot mit Rotom. Ich kann ihn nirgendwo mehr reinwechseln. Ja, ich habe gehört, wir freezen jetzt. Ich habe gehört, wir freezen jetzt einfach alles an die Wand. Der freeze to win. Oder vielleicht killt es einem. Okay, maybe wird jetzt Rotom gleich überperformen. Ich kriege ja auch die ganze Zeit Burn-Damage. Ah, Borg. Der ist brüchiger als Muppet. Das ist auch ungeil. Wir kriegen schon mal nicht Intimidate auf Rillaboom ab. Das ist auch wichtig. Blizzard kommt wieder. Blizzard Connected. Er ist halt ein saustarker Blizzard, ne? Ja, wir sind ja mit der Iceplate. Ja, das war es mit Rotom. Das war es ganz eindeutig mit Rotom. Und ich glaube, das war es jetzt auch mit dem Run. Sogar ein Crit. Ja, der wäre, der ist gerade doppelt gestorben. Und ich weiß noch nicht genau, wie Rillaboom das hier schaffen will. Aber wenn, wenn er es hinbekommen will, haben wir... Ich habe den Ability-Patcher nicht nachgeguckt. Ich habe den Ability-Patch nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, da war auch keiner. Ich hätte beim Überblicken nicht gesehen. Ja, der hat sicher Crowbit. Und dann mache ich gar... Der hat Mega-Beadrill. Oho! Vergessen wir alle! Oh, das ist doch nicht krass. Fokus-Gurt-Beadrill? Tailwind-Fokus-Gurt-Beadrill? Jetzt sagen wir mal Grassy Glide, weil ich es kann... Ja, mit Endeavor! Was? Was ist denn jetzt hier los? Ja, jetzt habe ich verloren. Jetzt kann ich wirklich gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich ja nicht mal mehr darauf gammeln, dass ich irgendwas überlebe. Jetzt muss ich... Ja... Ja, wobei? Also, wenn weiterhin alles so... Naja, okay. Jetzt ist es vorbei. Außer er misst jetzt Gangshot, wenn er Gangshot spielt. Ja. I mean, das war abzusehen, sind wir ehrlich. Das war aber jetzt nochmal eine wilde Strategie am Ende, muss ich sagen. Sehr wild. Ja, gut. Das war dann unser Nasalock-Versuch. Der war jetzt nicht so erfolgreich, muss ich gestehen. Ich muss mal gucken, ob wir Samstag dann wirklich nochmal Emirate roben. Oder vielleicht was anderes am Samstag machen. Ihr könnt gerne in Streamtalk schreiben, was euch so einfallen würde. Also, wir haben ja jetzt noch zwei Streams von meinem Urlaub. Einmal wäre halt meine Überlegung, dass wir vielleicht mal wieder Mario-Karten, aber da bin ich mir auch noch unsicher. Aber vielleicht kriegt man auch irgendwie andere Leute dafür zusammen. Ich weiß es nicht. Dann ansonsten weiß ich auch nicht, was wir noch machen sollen. Ich weiß nicht, ob es sich für einen Stream lohnt, Stadium zu spielen. Oder ob wir einmal Stadium 1 und einmal Stadium 2 spielen. Und damit hat man genug von Stadium gesehen. Ich weiß es nicht. Aber meine lieben Freunde der Sonne, das soll für den heutigen Streamerino gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wir raiden jetzt... Oh mein Gott, das sind viel zu viele Leute online. Wir raiden mal Nestflo. Der macht mal wieder einen Stream, weil sein Internet wieder geht. Das heißt, wir gönnen dem natürlich. Ich wünsche euch dort drüben viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.